Im fünften Video der Serie schauen wir uns jetzt, nachdem wir im letzten Video Pauli-Prinzip und die Hundsche Regel besprochen haben, die Reihenfolge der Besetzung der Orbitale an. Und die Reihenfolge der Besetzung ist durch das sogenannte Madelung-Schema relativ einfach sich zu merken oder vorzustellen. Also merken ist ein schlechtes Beispiel, weil zumindest bei mir wird nicht auswendig gelernt. Ihr könnt bei mir immer das Madelung-Schema benutzen in LKs. Aber man kann sich das relativ schnell herleiten, wenn man sich folgendes überlegt. Man macht eigentlich ein Koordinatensystem. An dieser Achse werden die Hauptquantenzahlen diesmal aber von oben nach unten eingesetzt, also Elektronenschalen oder Hauptquantenzahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und bei 7 und unten auf der x-Achse ist die Nebenquantenzahl L von 0 bis 6 aufgelistet. Das sind die sogenannten Unterschalen, wenn wir uns das vorstellen wollen. Und dann tragen wir einfach ein. Oben fangen wir bei n gleich 1 an, hat ja nur 1s. Und dann bei 0 ist gleich 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s. Bei der Nebenquantenzahl 0 Unterschall können nur die S-Orbitale sein, was ein einzelnes Orbital dasteht. Wenn die Nebenquantenzahl 1 ist, wissen wir, wir haben eine dreifache Aufspaltung, weil dann die Magnetquantenzahl M ist minus 1, 0 und plus 1. Deswegen haben wir die drei energetisch identischen P-Orbitale. Ich zeichne das hier nochmal um. Das ist S-Orbital und das sind die drei energetisch gleichgelegenen P-Orbitale. So, 1P gibt es nicht, aber 2P, 3P, 4P, 5P, 6P und 7P. Nebenquantenzahl gleich 2 sind die D-Orbitale, weil M ist gleich plus 2, Entschuldigung, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Deswegen haben wir 5 energetisch gleiche F-Orbitale in einer Reihe, die D-Orbitale. Ich schreibe es noch um. M ist hier gleich minus 1, 0 und plus 1 und hier bei dem werden M minus 2, minus 1, 0, plus 1 und plus 2. Deswegen hatten wir hier die fünffache Aufspaltung und hier die dreifache Aufspaltung. Und F-Orbitale, also 3D, 4D, 5D, 6D, 7D und der Vollständigkeit halber nochmal die f-Orbitale. Und die f-Orbitale mit M gleich minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2 und plus 3 haben wir eine siebenfache Aufspaltung. Also sieben energetisch identische Orbitale. 2, 4, 6, 7. Und der Rest hier in Grau in Klammern, die G, H-Orbitale und J-Orbitale, die können wir außer Acht lassen. Also wenn wir die S-Orbitale, die P-Orbitale, die D-Orbitale und die F-Orbitale eingetragen haben, gehen wir jetzt mit dem Rotstift dran und gehen von rechts oben immer schräg nach links unten. Also zunächst wird das 1S besetzt. Dann gehen wir wieder hoch, danach kommt das 2S. 2S fertig, dann machen wir hier den Strich runter, 2P und 3S. Jetzt sind wir hier wieder angelangt, gehen wir oben zurück, 3P. Und Achtung, jetzt ist die Besonderheit, nach dem 3P-Orbital wird das 4S-Orbital besetzt, nicht das 3D, wie wir eigentlich denken würden. Ganz logisch wären es 3S, 3P, 3D und dann erst 4S. Aber nein, das sagt uns das Malungsschema, nach 3P wird 4S benutzt und dann erst das 3D. Dann geht es weiter mit 3D, 4P und dann das 5S schon. Auch eine Besonderheit, weil nach 3D sollte man vermuten, kommt das 4S, das ist auch schon besetzt. Dann 4P, das ist wieder logisch. Dann würden wir jetzt 4D erwarten, aber nein, das 5S kommt davor und dann erst das 4D, 5P und dann wieder das 6S-Orbital und so weiter. Seht das 4F, 5D, 6P, 7S und so weiter. Immer nach dem Modelungsschema. Aber das, wie gesagt, haben wir, da gebe ich euch zur Verfügung. Später mal, wenn ihr weiter studiert oder was mit Naturwissenschaften anfangt, seid ihr vielleicht in der Lage, das euch selbst zu entwickeln. Aber im Rahmen von Arbeiten ist das immer ein erlaubtes Hilfsmittel bei mir. Dann habe ich euch noch Folgendes dargestellt, wie das Ganze, passt gar nicht aufs Bild drauf, mal aussehen würde, wenn wir das nach und nach oder nacheinander aufstellen würden. Schieb es mal so hin, dass ihr maximal möglich seht. Wir haben jetzt hier, schieb es noch ein bisschen runter, das Energieniveauschema, Energie oben und hier habe ich die 7 Schalen hingezeichnet. Fangen wir ganz unten an. K, erste Schale, Hauptquantenzahl gleich 1 und dann haben wir die Ausspaltung 1S, dann zweite Schale L, Hauptquantenzahl gleich 2, ist 2S, 2P. Dann dritte Schale, Hauptquantenzahl N gleich 3, haben wir die Ausspaltung in 3S, 3P und 3D. Aber, das ist jetzt hier die Besonderheit, nach dem Madelung-Schema wissen wir ja, mache ich hier nochmal einen Strich drum, das 4S wird vor dem 3D besetzt. Das heißt, energetisch ist das S-Orbital, das auf der vierten Schale eigentlich liegt und eigentlich höher ist und erst danach besetzt werden, liegt aber unter dem 3D. Das sieht man glaube ich in der Darstellung besser. Deswegen wird erst das 4S besetzt, dann das 3D und damit ist jetzt die dritte Schale erst abgeschlossen, nachdem schon 4S besetzt wurde. Dann haben wir hier vierten Schale 4P und dann wird auch das 5S schon eingesetzt, was eigentlich zur anderen Schale gehört. Seht ihr hier das blaue, fünfte Schale N gleich 5, wird aber nach 4P besetzt und vor 4D. Dann kommt 5P, dann kommt schon wieder 6S. Ihr seht, es wird immer bisschen komplizierter. Die Linien oder die Orbitale, die auf Energieniveau sind, nicht nur Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Orte, sondern auch Energiezustände können die beschreiben, die überlappen sich quasi die verschiedenen Schalen. Das kann man eben mit der Madelung oder mit dem Madelung-Schema sich darstellen und braucht das eben diese komplizierte Struktur nicht auswendig zu lernen.